Da ich im Januar 2019 die Geschäftsführung der Herbometrik übernehmen darf, wollte ich mir die BW-Grundlagen nochmals auffrischen und bin dann auf das LTP-Programm bei der Heiske gestoßen und bin jetzt seit gut einem Jahr dabei. Und das Gute bei diesem LTP-Programm ist, man kriegt nicht nur die Lehre nochmals ans Herzen gelegen, sondern komplett neue Ansätze. Und diese Ansätze in Bezug auf Führungsrichtlinien oder Finanzführung oder Prozessthemen sind so relevant und wichtig und gut, dass sie den Mehrwert nicht nur für mich geben, sondern auch für die Firma. Und ich kann jedem herzlich empfehlen, dass er sich für dieses LTP-Programm anmeldet, denn man kommt persönlich wirklich stark weiter und auch die Unternehmung profitiert von diesen neuen Ansätzen der Führung oder auch von den Prozessen enorm.